Aber ich überlege, ob ich vorher was esse oder einfach von der Brücke springe. Ich springe kurz von der Brücke, dann verschwenden wir kein Essen. Wenn du meinst. Wie, ich sterbe nicht. Also, wenn jetzt irgendjemand meint, wir hätten irgendwelche Probleme. Kann nicht sein. Wir haben keine Komplexe, mit uns ist alles in Ordnung. Das nennt sich jetzt Space Jumping. Ich hasse diesen Thüren-Bug, der ist so hässlich. Achso, den Thüren-Bug. Sag ihm, hallo, freundliche Grüße von mir und dass es gefälligst lassen soll. Hallo, freundliche Grüße von Sympathic, lass den Mist. Der macht immer noch Mist. Irgendwie bist du nicht so durchsetzt und freudig. Was soll denn das jetzt heißen? Willst du meine Autorität beleidigen? Die haben keinen Respekt vor dir. Alter, ich gib dir gleich Respekt. Ich laufe schon mal runter, du kannst dann ja den restlichen Sand nachher mitnehmen. Ich bringe ihn auch gerade hoch. Ich bringe ihn auch hoch. Ich bringe ihn auch noch mal. Du. Epicness. Dann werde ich schon mal anfangen, die Brücke zu bauen. Die Brücke. Du hast das jetzt nicht überall verteilt. Das ist doch so Kohleverschwendung. Das geht aber schneller. Das ist Kohleverschwendung. Das ist keine Kohleverschwendung. Das ist verständlich. Alter, die... Geh mal einmal in die Mine, da haben wir wieder Kohle en masse. Es ist Kohleverschwendung. Da ändert sich nichts dran. Jetzt rollen ich rum. Aber es ist die arme Kohle. Du verschwendest Kohle. Du besorgst neue Kohle. Ich hole erstmal keine Kohle bei so einer Verschwendung. Also diese Verschwendung hier. Ist echt... Unglaublich. Dass du dir sowas erdreist ist. Okay, ich mach jetzt mal die Köbelkiste fast voll. Komm mal lieber her und bring mal Glas mit. Wir sind noch nicht fertig. Du musst dich noch ein bisschen gedulden. So. Kann sein, dass das doch nicht reicht. Ist das anstrengend. Mit dir. Komm her. Was denn? Auf was? Ich warte dir. Auf dich. Auf das Glas. Was willst du mit dem Glas? Eine Brücke bauen. Wieso willst du eine Brücke bauen? Warte, das letzte kommt. So. Jetzt habe ich über ein Stack. Kommst du? Okay. Ich eile. Ich nehm den anderen Weg. Ich eile. Deinen unfertigen Weg hier, wo man gegen die Decke knallt. So schlecht ist der. Naja, Furzgeräusche. Ich hab doch gesagt, der ist noch nicht fertig. Jetzt kommen wir hier runter. Gib mal Glas, bitte. Geh mal bitte Glas. Och Mann. Was hast du getan? Hast du mich gehauen? Nein. Du bist runtergefallen. Erst hast du nur Fallschaden? Es geht mir mal aus der Linse. Drück mal den scheiß Knopf. Drück deinen Knopf selber ab. Ach, du hast schon gebaut? Ein bisschen, ja. Das reicht ja, ne? Das reicht ja fast. Ja, ne, wir müssen da hinten auch noch voll mit Glas machen. Und hier müssen wir auch noch weitermachen. Die Insel soll ja nicht so groß werden. Stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Hä? Was? Ich nicht verstehen. Was verstehst du nicht? So, erst mal nehme ich nochmal hier die Säule raus. Nein, die brauchen wir noch. Ja, okay, dann nehmen die Säule halt da raus. Stimmt, die brauchen wir jetzt echt nicht mehr. Aber dann gib mal bitte gerade das Glas. Wenn du die Säule da jetzt wegnimmst, dann gib bitte gerade das Glas. Danke. Das ist nur eins. Ja, gib mal bitte. Alter, schmeiß mal bitte dein Glas runter. Ernsthaft. Ich liebe das, wenn ich dir was hinwerfe und du danach so, öh, das ist nur eins. Sag mal bitte. Alter, das ist so unnötig. Ich hätte jetzt schon fertig sein können mit dem Zeug. Ja, was willst du denn machen? Ja, hier dieses Ding zu. Ach, das? Ja, hier, dann kriegst du mal hier 32. Danke. Ich bin überaus gnädig von dir. Selbstverständlich gnädig. Da hab ich dir sogar den letzten gelassen, also willst du ihn gar nicht setzen. Okay, sieht geil aus. Jetzt müssen wir noch das Dach da oben. Das Dach da oben. Ja, super, jetzt hast du gerade die Leiter weggenommen voll. Der, ernsthaft. Das ist auch skill, ey. Ja, wenn der Raum da oben gebaut wird und hier unten Lava ist, dann setzt man ein Glas rein. Nee, komm, dann machen wir das jetzt gerade. Oder glaubst du gerade hoch? Da unten kommt Lava hin, da kann keine Treppe hin. Soll ich hochlaufen? Ja, lauf hoch. Du wirst nur sehen, wie ich fände, durch die Tür zu gehen. Psst, okay. So laut. Okay, wir müssen da hinten definitiv noch so einen Falldrop machen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, was du meinst. Ähm, dass man runter, neben der Leiter gegenüber runterfallen kann und dann im Wasserbecken landet, damit du schnell nach unten kommst. Hä? Äh, was meinst du? Moment bitte. Warum hab ich keine Fakt? Nee, man hast du hier voll pro-mäßig eine Leiter einfacher seitlich in einen Tunnel reingesetzt. Das sieht so sinnvoll aus. Da fliegen mir echt die Ohren weg. Boah, ist das tief. Hast du da unten so eine Mods-Insel hingebaut? Ja, ich wollte damit schon mal, ich wollte das schon mal vormodellieren mit Erde, nur irgendwie habe ich keine Erde mehr. Hast du noch Erde? Ich habe gerade das wunderschöne Problem, dass ich fast keine Dings hier habe, um ranzubauen. Keinen Stein. Das ist natürlich nicht so schön. Überhaupt nicht schön. Reicht das denn noch? Vier. Jetzt habe ich noch drei. Nein, es geht genau auf. Siehst du, pro-like geskillt hier. Ja, schon klar. Pack mal Glas da oben rein. Ja, was mache ich denn gerade die ganze Zeit? Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Jetzt sehe ich es ja so. Ich sehe, wie das Glas über mir entsteht. Es wächst und gedeiht. Ich habe nicht genug Glas. Es wächst. Nein. Wir wählen jetzt drei Blöcke. Okay, warte, ich komme mal gerade vor. Oh, ist das geil. Siehst du, alles Skill, alles Skill hier. Boah, wenn du das noch hier reinfällst, hast du echt Arschkarte. Ich glaube, das kommt hier langsam ins Limit, wo du ohne Rüstung wirklich verreckst. Da verreckst du doch mit Rüstung. Ne, das überlebst du noch. Mit der Rüstung schaffst du es doch gerade. Ich meine, 20 Blöcke ist das, wo du verreckst, wenn du ohne Rüstung unterfällst. Wenn du volle Leben hast. Hey, wer kennt solche Werte? Ich habe mir so ein 120-Fakten-Video angeguckt. Und da bleibt das ein oder andere Sinnlose hängen. Okay. Wann bist du hier? Ich langweile mich. Ich komme, ja. Ich habe nur gerade auf dem Weg das Zuckerrohr abgebaut. Ja, hast du sonst nichts zu tun, oder? Das geht doch schnell. Da muss man auch mal durchlaufen und links klicken. Achso. So, jetzt bin ich im Turm. Jetzt komme ich die Treppe runter. Jetzt muss ich hier deine Gammeltreppe, die du hier angefangen hast, langgehen. Oh, guck mal, da unten sieht man dein Po. Da oben. Jetzt leuchtet der. Sehr schön. Noch schöner. So, setzt die drei Blöcke und fall erst runter. Sehr schön. Ist das nicht epic? Guck mal hier. Nice. Wenn du jetzt vorstellst, dass da unten Lava ist und da drum deine Inseln mit dem Portal. Und hier eine geile Bibliothek. Das wird einfach so geil. Fände ich. Gehen wir jetzt erstmal nach unten und modellieren die Insel, ja? Ja, wir wollten die doch mit Quarz bauen. Ja, aber wir müssen die erstmal vormodellieren, damit wir das Netherportal drauf buttonen können, sodass das schon passt. Ah, aber aus Erde machen wir die. Ja, ja. Schon. Okay, hast du genug Erde dabei? Jetzt müssen wir kurz an der Erdekiste vorbeilaufen. Ich habe keine Erde. Ich wollte gerade in der Erdkiste vorbeilaufen, genau. An der... Ein Stückchen Dreckiste. Und der Gang hier ist voll sinnvoll, Alter. Gänge sind immer sinnvoll. Ja, und guck mal hier, du musst den Turm hoch, um wieder runter zu gehen. Das hast du gebaut nebenbei, diese Ineffizienzlücke. Das macht doch Sinn. Das ist doch... Das ist halt Verteidigungsbonus. Ja, und du hast doch nicht mal Sand hier unter das Zuckerrohr gesetzt. Guck mal, das sorgt dafür, das... Das sorgt dafür... Das ist doch nicht mehr Sand unterm Zuckerrohr. Das wächst dann viel schneller. Der wächst... Nein, der wächst so viel schneller als... Also der wächst... Hä? Wieso soll der schneller wachsen, wenn Sand drunter ist? Ernsthaft, der wächst schneller, wenn Sand drunter ist. Ja, und? Der wächst doch so schnell genug. Nicht, wenn wir 120 Bücher mindestens bauen, oder so. Alter, wir haben jetzt schon 51 Zuckerrohr in der Kiste. Du brauchst für... Drei machst du schon ein Papier. Ja, aber für ein Buch brauchst du auch nur ein Papier. Echt? Nee, scheiße, drei Papiere. Ähm, warte, was wollen wir machen? Wir wollen die Erde holen. Ich bin die ganze Zeit blöd am rumlaufen und so. Was brauche ich? Was brauche ich? Was brauche ich? Wo waren denn jetzt diese scheiß Erdkiste? Ich habe genug Erde. Komm, folge mich, folge mich. Ich muss Dreck setzen. Ja, ich komme. Ah, ignoriert den. Chunkfehler. Hä, wo bist du denn jetzt langgelaufen? Ja, runter. Ich will doch wieder da reinlaufen. Aber du bist aber nicht... Du bist aber nicht gleich den Weg gelaufen, wie ich, oder? Ich bin schon unten drin. Ach so, deswegen. Wie, wo bist du denn langgelaufen? Ich bin auch da langgelaufen. Bist du durch die Öfen oder außen raus? Ich bin... Ja, sie hast einen langen Weg genommen. Hä, außen raus geht es schneller? Ja, klar. Willst du mir irgendwie scheiße erzählen? Nein, wir können ja gleich Wetter machen. Okay, das ist hier. Du, sollen wir die Brücke nicht eventuell nur zwei breit machen? Nein, die bleibt vier. Ich finde, das ist irgendwie ein bisschen fett. Das wirkt nicht. Du wirkst nicht. Meine Mutter wirkt nicht. Reißt du gerade was ab? Nein. Wir brauchen ja nur die oberste Schild. Willst du die jetzt echt einfach nur so viereckig machen? Ja. Ich dachte, wir wollten die vormodellieren. So ist doch perfekt. Einfach so ein Ständer. Nein, das sieht richtig hässlich aus. Wolltest du so ein Netherquartz Ständer da reinbauen oder was? Einfach ein Ständer. Es ist... Wir machen jetzt eine Erdfigur. Dann lass uns aber eins verschmalern. Überall ein Zweck nehmen am Rand. Gucken wir an das Portal. Oh, anseitig am Portal muss ja immer noch... So, da was. Würdest du so das Portal einsetzen? Ne, guck, ich warte mal. Ich hab, ähm... Lass uns das ein bisschen anders bauen. Dass wir... Warte. Wir wollten da doch... Genau, wir wollten da doch noch, dass man eine kleine Treppe rufen muss. Deswegen gehe ich grad eins höher. Genau deshalb, weil wir das ja schon abgesprochen hatten. Und außen drum will ich dann einfach eine... Also eine Treppe, die runter geht. Und das dann kreisfrumm da drum. Ja, dann lass das aber auf der... Auf der Höhe machen, weil sonst wird das zu... Sonst wird die Distanz zum Rand zu klein. Guck mal, das ist jetzt schon... Die Insel ist jetzt schon fast zu dick. Und ich würde die abrunden in den Ecken. Ja, ja, abgerunden. Aber du musst dir jetzt auch dir vorstellen... Also... Ich meine... Ja, guck mal hier. So. Ja, okay. Die kannst du abrunden. Und du musst dir vorstellen, dass die äußeren Erdklötze jetzt auch Treppen sind. Ja, genau. Wenn die äußeren Erdklötze jetzt Treppen sind, das ist in Ordnung. Ja. Und so wird das auch funktionieren, oder? Okay, wir müssen jetzt nur gucken, wo wir Stützen bauen. Unten drunter bauen wir es isoliert runter. Ne, solid würde ich es nicht machen. Also... Oder? Ne, eigentlich nicht. Machen wir dann den Ständer? Sag mal so, so sieht das schon irgendwie hässlich aus. Wenn du von unten wieder Treppen genauso dranmachst, sieht das richtig episch aus. Weißt du was ich mein? Also wenn du dann hier Treppen machst... Ja, von unten, genauso wie oben von drauf. Okay. Dann sieht der Ständer sogar richtig geil aus. Das können wir machen. Dann lass den Ständer machen. Okay, bauen wir einen epischen Ständer. Mein Gott, hat der eine kleine Höhe. So, dann können wir da jetzt eigentlich das Netherportal schon reinsetzen, ne? Ich werde es jetzt tun. Nein, ich habe kein Licht. Okay, dann geh auf die Seite. Ich zünde an. Ernsthaft, jetzt schon? Jetzt kommt der ewige Moment. Warte, komm, ich gehe jetzt zurück. Und dann gucken. Ja, der sieht jetzt hässlich aus wegen dem Erdklotz, ne? Sollen wir das nicht erst mal schon mal aus Steinziegeln bauen oder nachher setzen? Nee, wir machen das denn. Dann sieht das jetzt wenigstens schon mal vernünftig aus. Weißt du, wie lange das dauern kann, bis wir den Netherportal haben? Das geht eigentlich recht schnell. Ja. Bist du sicher? Wir wollten doch aber erst mal ohne Sachen reingucken gehen. Ja. Sollen wir es gerade noch genauer bauen? Komm, lass uns mal gerade bitte das was gerade ersetzen. Aber ich habe keine Treppen nicht. Ich habe alles oben abgeliefert. Scheiße, okay, ich zünde jetzt an. Ich bleibe jetzt stehen und singe dabei. Ja, also ich zünde jetzt an. Ich zünde jetzt an, ne? Soll ich sicher, dass ich anziehen soll? Ja. Ich habe aber Angst. Dam, dam, da, dam, da, dam. Hör auf zu singen. Ich muss episch, dann mach ich Trommel. Du kannst nachher epische Musik einspielen. Dafür brauchst du jetzt nicht singen. Das sieht scheiße aus so, weißt du das? Das wäre besser, wenn das irgendwie aus der Erde raussteht, finde ich. Nee, finde ich nicht. Du setzt oben noch ein paar Blumenkübel drauf? Wir können oben natürlich nochmal irgendwas draufsetzen. Ja, keine Ahnung. Blumenkübel, genau. Nee, wir können ernsthaft oben noch so ein, nochmal mit Treppen so ein Kranz rumbauen. Soll ich gucken gehen? Nein, alles abliefern. Komm, wir werden jetzt alles in die Kiste da oben. Nee, wir laufen hoch und enchanted noch kurz, die zwei Level, die ich noch habe. Ich habe vier Level, die kann ich... So, weil ich will da jetzt sterben. Am Ende werde ich sterben, absichtlich. Warum hast du denn? Keine Ahnung, weil ich drauf Bock habe. Ich will einfach nicht Lava-Jump. Du hast Bock... Ey, Alter, du, ich habe so richtig Bock zu verrecken. Halt da, ich habe voll gern Lebenswillen und so. Okay, ich enchanted die Schaufel. Ich werde meine Hose enchanted. Effizienz 1, Haltbarkeit 1. Ich sag doch, ich habe Glück. Haltbarkeit 1,1 auf meine Hose gekriegt. Jetzt erscheint ich noch meine Schuhe. Okay. Ich belagere jetzt hier die Kiste hier in der Ecke. Da komm jetzt mein Zeugs rein. Versuch, da. Haltbarkeit 1,1 auf die Schuhe gekriegt. Na ja. Guck mal, jetzt leuchte ich komplett. Ja, such dir eine Kiste, wo du dein Zeug reinlagerst. Wo bist denn du jetzt? Du bist nicht nackt, du hast Rüstung an. Sag mir das doch früher. Ist das hier unsere Dampfkiste? Da habe ich meine, das ist jetzt meine Dampfkiste. Okay, meine Dampfkiste ist die oben dann. Oben im Schlafraum. Ja, genau. Aber wir müssen gerade, dann lass uns zusammen da reinlaufen. Ja, selbstverständlich. Ich will mich hier zusammen verrecken. Aber ich überlege, ob ich vorher was esse oder einfach von der Brücke springe. Ich springe kurz vor der Brücke und verschwenden wir kein Essen. Wenn du meinst. Wehe, ich sterbe nicht. Also, wenn jetzt irgendjemand meint, wir hätten irgendwelche Probleme. Kann nicht sein. Wir haben keine Komplexe, mit uns ist alles in Ordnung. Das nennt sich jetzt Base Jumping. Ich hatte 2.556 Punkte. Das muss geehrt werden. Wie sollt? 2.566 Punkte. So, aber guck, jetzt habe ich wieder volles... Nee, volles Hunger und so. Da treffen uns jetzt da bei... Ja, das war jetzt so ein richtig schlechter Übergang. Okay. Ah, hier müsste... Puh, ich habe ein halbes Herz verloren. Noch ein Lava-Becken sein. Sollen wir jetzt einfach mal ein Cut machen so oder sagen so, haha, das seht ihr als nächste Episode? Nö. Das wäre doch eigentlich so. Okay, ja genau. Wenn wir hier vorstehen, dann wechseln wir. Warte, warte. Genau. Okay, kommst du mit mir davor? Kommst du mit mir davor? Schaffst du es durch die Tür? Heute noch? Ja. So. Aber die Erde sieht schon hässlich aus. Und? Stopp. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und, äh, ja, wie der Nether aussieht, ist er dann recht. Genau. Und eure Meinung, eure Ideen, eure Anregungen, eure Bewertungen. Genau, also die Erde, die ist hässlich, das wissen wir dann. Da kommt ein Nether Quarts hin, aber das müssen wir erst fahren. Genau, so wie Lava unten, dass wir auch ein Nether fahren. Also dann, bis dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.